Musik Jetzt hören wir von Vinnie Wolf, einen Intellektuellen, die seit Jahren und Jahrzehnten die Sauereien ankreidet, die die Autoindustrie, die das System Auto hier veranstalten. Vinnie. Vielen Dank. Liebe Freunde, liebe Freunde, ich kann anknüpfen an dem, was die zwei Vorräte gesagt haben. Vor allem möchte ich auch noch betonen, dass der mexikanische Kollege völlig recht hat, dass die mexikanischen VW-Arbeiter einen langen, langen Kampf gegen VW durch Mexiko führen. Wir waren im Jahr 87 in Poebla gewesen, als damals die VW-Arbeiter einen sechsmöchigen Streik durchgeführt haben. Wir haben damals erreicht, dass in Salzgitter ein einstündiger Solidaritätsstreik, Warnstreik stattgefunden hat, dass daraufhin die Arbeiter in Mexiko diesen Kampf gewonnen haben. Von der gleichen unabhängigen Gewerkschaft, von der der Kollege vorher gesprochen hat. Liebe Freunde, liebe Freunde, wir erleben heute drei Krisen in Mobilität. Und an allen drei Krisen ist VW zentral beteiligt. Einmal eine Glaubwürdigkeitskrise, die mit dem Begriff Dieselgleich zu tun hat. Zweitens eine Krise der Städte, die mit Feinstaubbelastungen und vorgezogenen Tötungen und Tod für Menschen zu tun hat. Und drittens eine Klimakatastrophe, die sich massiv verstärkt, aufgrund der CO2-Emissionen, der im Jahr 10 Millionen neuen Pkw die VW ausstößt. All das soll jetzt überbrückt werden, indem VW über Elektromobilität faselt und indem der VW-Boss Herbert Diess flotte Sprüche äußert. Er hat gesagt, er wäre sogar solidarisch mit den Leuten im Hambacher Forst sich in den Baumhäusern verankern, um den Abriss des Hambacher Forstens zu verhindern. Aber der gleiche Herbert Diess war ehrlicher gewesen, als er am 12. März dieses Jahres eine Rede von Managern gehalten hat, in der er sagte, EBIT macht frei. Herr Diess hat es gesagt in Wolfsburg, Herr Diess hat es gesagt explizit drei Mal in seiner Rede. Es war klar, das bezieht sich darauf auf Arbeit macht frei in Auschwitz. Und es geht nicht nur darum, dass Auschwitz was zu tun hat mit dem Nazireich, es geht auch darum, dass VW in der Nazizeit eng mit dem Chef von Auschwitz zusammengearbeitet hat und damals Zwangsarbeiter direkt regelmäßig alle Vierteljahr aus Auschwitz abkommandiert hat, um im VW-Werk sich zu Tode schuften zu lassen. Wir erleben heute, das VW sagt, Elektroautos wurden eine Perspektive bieten. Und wir sagen nein, wie schon gesagt wurde, Elektroautos bieten keine Perspektive. Einmal nicht, weil es vor allem Stadtautos sein werden und noch mehr Verkehr in die Städte reinbringen. Zweitens nicht, deswegen, weil es neue Stromnachfrage mit sich bringt und noch mehr Kohlekraftwerke und noch mehr Atomkraftwerke gebaut werden. Und drittens deswegen nicht, weil Elektromobilität heißt, noch mehr Abhängigkeit von anderen knappen Rohstoffen, und so von Lithium, von Kobalt und von Kupfer. Ich glaube, unsere Alternative muss eine andere sein. Eine Alternative, in der es primär ankommt auf die Förderung des nicht motorisierten Verkehrs, also zu Fuß gehen und Fahrrad fahren. Wo es zweitens darauf ankommt, den ÖPNV massiv auszubauen und den Nulltarif anzubieten im ÖPNV. Wo es drittens darauf ankommt, dass die Schiene ausgebaut wird und dass Flüge bis 1000 Kilometer verboten werden und auf die Schiene verlagert werden. Wo es last but least darauf ankommt, dass Tempolimits in Deutschland, Tempo 120, Tempo 80, der Bundesstraße, Tempo 30, in den Städten eingeführt werden. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Herr Schellenhofer, hat gesagt, wir steuern in einem Irrsinnstempo auf eine unbeherrschbare globale Situation zu. Aber die Medien berichten darüber nur noch mit gequälter Beiläufigkeit. Herr Schellenhofer hat auch gesagt, er hat jahrzehntelang geglaubt, die Politik würde eine Änderung erreichen. Er sagt sie heute, sie wird sie nicht erreichen. Wir brauchen eine Weltbürgerbewegung, die diesen Wahnsinn stoppt, sagt dieser bürgerliche Herr Schellenhofer. Ich glaube, wir haben heute mit Fridays for Future und mit Extinction Rebellion einen Ansatz für eine solche weltbürgerlichen Bewegung. Aber wir dürfen nicht glauben, dass die jungen Menschen die Alternative bewirken würden. Greta Thunberg hat gesagt, ich zitiere, die Leute sagen, oh, die Kids retten uns. Das ist völliger Unsinn. Das tun wir nicht. Wir sind viel zu jung, mit etwas bewirken zu können. Wir haben nicht mehr die Zeit abzuwarten, bis wir groß und in der Lage sind, Vergleichbares zu bewerkstelligen. Nein, das müssen andere tun. Die Leute, die heute die Macht haben, die müssen das tun. Und Greta Thunberg ist zu diesen mächtigen Gefahren nach Davos. Sie hat da alles gesagt, obwohl sie wusste, die werden nichts machen, als muss man gesagt werden. Sie ist gefahren mit der Eisenbahn von Stockholm nach Davos. Zum Schluss, wir haben nachgeprüft, die junge Frau musste fünfmal umsteigen, dreimal in Deutschland. Ihr ahnt, was es bedeutet. Wir haben auch nachgeschaut, im Jahr 71 hätte es einen durchgehenden Zug von der Schweiz bis Kopenhagen gegeben. Solche Zustände können und müssen wieder hergestellt werden. Zum Schluss, wir fragen, was fördern die Schülerinnen und Schüler? Fördern sie weniger Plastik? Fördern sie mehr Elektroautos? Nein. Sie fordern ein Recht auf die gesamte Zukunft. Sie fordern All Days for Future. Sie fordern DGB, die ganze Bäckerei. Und das sollten wir auch fordern. Dankeschön. Danke. 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 Danke.